Die Kornaten, eine Gruppe dünn besiedelter Inseln auf halber Höhe der kroatischen Küste, gleichen mit ihrer rauen Natur einem Paradies auf Erden. Die heutige Besiedlung gibt Zeugnis davon, wie das Leben der Menschen war, die zwar jetzt auf einer anderen Insel oder auf dem Festland leben, aber immer noch Besitz auf den Kornaten haben. Generationen von Menschen auf den Kornaten überlebten in dieser von Dürre geplagten Gegend durch schwere Arbeit wie Rudern, Segeln und Graben. Sie hatten ständig mit der See zu kämpfen, die in wenigen Augenblicken ihr stürmisches Angesicht zeigen konnte. Auch der Dürre Boden kannte kein Erbarmen. Über die Jahrhunderte mühten sie sich, dem Boden Früchte abzuringen, nur um zu überleben. Nach der Ankunft der Kroaten an der Adriaküste im 13. Jahrhundert nahmen sie das Christentum von den Einheimischen an und erbten damit gleichermaßen ihre Marienverehrung. Die Liebe zur Mutter Gottes und zum Heimatland schweißte sie zusammen. Daraus wurde ein Volk von grimmigen Kämpfern und Verteidigern des Christentums geboren, das dennoch eine tiefe und herzliche Verehrung der Gottesmutter pflegt. Daraus wurde ein Volk von grimmigen Kämpfern und Verteidigern des Christentums geboren. Daraus wurde ein Volk von grimmigen Kämpfern. Daraus wurde ein Volk von grimmigen Kämpfern und Verteidigernes an der Erwartung des Christentums geboren. Der 80-jährige Gresimir Skracic aus Murta ist Fischer und Bootsbauer. Er kann sich gut an die harschen Lebensbedingungen der Inselbewohner erinnern. Es war immer riskant, zwischen den Inseln zu segeln oder zu rudern. Ein Sturm konnte aufkommen, der Pura-Wind oder der Yugo konnten dich erwischen. Wir vertrauten ganz auf Gottes Hilfe. Wir waren so arm, dass wir nicht einmal das tägliche Brot hatten. Nur in den schweren Zeiten erkennt man, dass man es nicht alleine schafft. Man ruft Mutter, man sucht Zuflucht in ihren Armen. Darum ist am ersten Sonntag im Juli diese verlassene Insel voller Menschen, deren Glauben sie zum Kommen angespornt hat. Diese Inselbewohner segeln in die Arme ihrer Mutter. Königin der Meere, Madonna von Taraz. Hier auf den Kornaten inmitten dieser Steimwüste, in der stillen Zurückgezogenheit von dem Rest der Welt, erwartet sie ihre Mutter. Alle kommen voller Hoffnung. in der stillen Schluss Meine vier Töchter haben in Zagreb studiert. Wir lebten in einfachen Verhältnissen und ich entschied mich, der Mutter Gottes ein Versprechen zu machen, dass wenn sie ihre Studien schaffen würden, ich eine Tür für die Kirche machen würde. Und so war es dann auch. Niemand kann sagen, dass die Mutter Gottes mir nicht geholfen hat. Die Liebe zur Mutter Gottes lebt seit fast 1400 Jahren in den Herzen der Kroaten. Die ersten künstlerischen Darstellungen zeigen das Bild der Gottesmutter. Es wurde in Biskupia in der Nähe der Stadt Knin gefunden. Für den kroatischen König Zvonomir war die Fertigstellung der Marienkirche 1078 sein Geschenk und das seines Volkes an Maria, die Königin der Kroaten. In ihr findet man auf einem Giebelstein ein Abbild weiblicher Schönheit, der Mutter aller Kroaten, der Mutter des Königreiches. Papst Johannes Paul II. segnete während der Rom-Wahlfahrt der Kroaten das Kospare Tegurium und nannte es die kroatische Pilger-Gospa. Es ist ein Symbol für die kroatische Geschichte, den Glauben und die Gemeinschaft, die die Kroaten an ihre Identität erinnert und sie drängt, ihren Taufbund treu zu bewahren. Pater Peter Lubina ist Mariologe und ordentliches Mitglied der Internationalen Päpstlichen Marianischen Akademie und Sekretär des Kroatischen Marianischen Institutes. Die Kroaten erwiesen sich als besonders starke Verehrer in schweren Zeiten. Man kann sagen, dass die kroatische Geschichte und die Verehrung der Gottesmutter Hand in Hand gingen. Wenn der Druck zunahm, Leid ertragen wurde, wenn wir schwächer waren, wenn wir noch mehr unterdrückt wurden, wann auch immer wir litten, als die türkische Aggression wuchs, der Kommunismus stärker wurde, dieser Glaube war in den Herzen verankert und wurde lebendiger und noch stärker. Unterschiedlichste Ausdrucksformen derselben Liebe zur Mutter Gottes findet man überall, wo Kroaten leben. Denselben Glauben und dasselbe Vertrauen sieht man bei den Pilgern, die auf dem Weg nach Visovac sind, zu unserer lieben Frau von den Engeln. Diese Wallfahrt überdauerte die Jahrhunderte. Es ist in die Herzen und Erinnerungen der Menschen eingeprägt, noch aus der Zeit, als die Grenze sich ständig veränderte und als das Ottomanische Reich sich ausweitete und Gebiete verloren gingen. Es war ein Zeitalter, in dem die einzige wirkliche Sicherheit in einem scharfen Schwert in den Händen der Männer und im Rosenkranz in den Händen der Mütter bestand. Hier auf der Insel der Stille fühlt man den Frieden und das Mysterium der Jahrhunderte. Hier in der Umarmung der Mutter mit ihrer Hilfe kann man sich und den anderen vergeben. Man kann Trost finden, in Harmonie mit der Welt und im Frieden mit Gott und den Menschen sein. Und dort kannst du in aller Einfachheit dein Innerstes erkennen und in dein Herz gelangen. Du kannst deine eigene Schwachheit annehmen und die barmherzige Liebe Gottes wahrnehmen. Der Universitätsprofessor Marco Rodocic blickt zurück auf seine erste Wallfahrt. Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind mit etwa zwölf Jahren zu Fuß mit meiner Mutter nach Visovac kam. Das waren ungefähr 30 Kilometer, für die wir zwei Tage benötigten. Dort schliefen wir normalerweise auf dem Hügel oder in Visovac selber. Immer das gleiche Ritual und am Abend ging es nach Hause. Es war ein spiritueller Genuss. Man empfand einen geistlichen Durst nach Gott, nach dem Himmel. In Visovac zu sein, war für mich als Junge eine wunderbare Erfahrung. Visovac lässt niemanden unberührt. Zrinka Kuluschitz, Wirtschaftsstudentin aus Zagreb, gibt Zeugnis davon. Die Insel Visovac ist ein besonderer Platz, eine Oase, wo man Trost findet, beten kann und zur Ruhe kommt und den inneren Frieden findet. Hier finde ich Frieden auf allen Ebenen. Im Sakrament der Versöhnung können wir das Geheimnis des Heiligtums entdecken und die Kraft der göttlichen Gnade ein Hauch des Himmels. Überall öffnen sich die Menschen und wenn man seine Seele öffnet, wird das Herz davon berührt und das Gebet quillt hervor. Das Gebet bedeutet mir sehr viel. Das Gebet zur Gottesmutter, das Gebet überhaupt. Ich finde Trost und Frieden in schweren Zeiten und wenn Menschen dich alleine lassen. Die Welt ist voll von Menschen, die dich enttäuschen. Heute sind sie deine besten Freunde, morgen zeigen sie dir die kalte Schulter. Im Gebet finde ich immer Trost, deshalb bedeutet es mir so viel. Zusammen mit ihren franziskanischen Hütern hat die Insel mit unserer lieben Frau von den Engeln eine stürmische Vergangenheit erlebt. Während Kroatien ständig von verschiedensten Aggressoren unterdrückt oder von Armut, Krankheit und Hunger heimgesucht wurde, hörte die spirituelle und materielle Hilfe des Klerus der Insel nie auf. Seit Jahrhunderten symbolisieren Visovats und die Gospa das Überleben für die Menschen, sowohl für den Glauben als auch für das kroatische Volk. Ohne die Franziskaner und den Glauben dort gäbe es weder Kroaten noch Kroatien. Eine Mutter bedeutet Liebe, selbstloses Geben, Fürsorge. Für alle Zeiten ist die Mutter Gottes, die Mutter des Himmels, ein Zeichen für Liebe, Glaube und Vertrauen. Gebete und Fürbitten an die Mutter werden ihr auf der ganzen Welt mit demselben Vertrauen ans Herz gelegt. Jedes Herz kennt die Kraft der Mutterliebe. Kroaten sind keine Ausnahme. Sie sind auf ihre Weise eine Perle des Rosenkranzes, der die Gebete der ganzen Welt verbindet. Auf halber Höhe der kroatischen Küste befindet sich Rogoznitsa. Dort steht ein Bild, das seine eigene Geschichte erzählt. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Die Nacht vor der großen Feier in Rogoznitsa. Maria Medic tut sich schwer, das auszudrücken, was ihr die Gottesmutter bedeutet. Die Gottesmutter bedeutet mir alles. Sie hat immer über uns gesprochen.